Zeit zu verlieren! Yes. Yes, yes, yes. Stefan, mach mal nen Call. Ich geh A. Verteidiger. Verteidiger, okay, das ist gut. I do my best, I'm gonna beat it. Bewusst geh nicht zu weit, da hinten sind scharfe Kanten. Hat er recht. B. B, 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 B. Ei, 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 ei. Oi, oi, oi. Hotspott, vier. Oh, bestimmt einer. Nice. Verklippt. Dann einfach rein, oh Gott. Nice. Nice. Der wuchs. I killed. Durch meinen Call. Die ersten beiden Runden irgendwas reißen, danach nix mehr. Pistol Round ist meine Round. Yay. Pistol Round ist immer cool. Guard. Grab of A. Ja. Irgendjemand hat gesagt, erste Runde wird nicht gekauft. Oder zweite Runde. Wir haben ja gewonnen. Achso. Erste Runde nach der ersten Runde. Die anderen haben nix und dann ballern wir den Kopf und dann läuft. Da steht einer. Ist ja cool. Nice. Guck. Kurz kommt, kurz kommt. Ei, ei, ei. Aua. Kann ich den da den Kopf nicht treffen? Das heißt, ei, ei, ei. Er rennt da nämlich rein. Da ist rechts einer close bei uns. Ach komm, warum zieh ich denn nicht? Also. Hehehe. Oh my god. OOi 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 OCHOi OOi 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 OOi. Ja, die Bombe liegt da hinter der Kiste direkt. Ja, der ist da oben. Wie ist das Spray-Pattern von der Farmers? Gut. Sprayed wie nicht. Ich habe komplett runter gezogen einfach und habe gedacht, ich rutsche noch so einen Zentimeter nach oben und da ist nichts passiert. Ja, die ist relativ genau. Zwei Cutters oben. Oh, Lumi Löffel. Lumi Löffel. Ne, Lumuffel. Lumi Löffel. Wow, er räumt alle weg. Atze. Hey. Atze. Lumi Löffel. Vorsicht. Atze. Ne. Keine Atze. Ne. Ich habe immer noch keinen Kill. Wenn es weiter so läuft, machst du hoffentlich mit deinem Spiel keinen. Alles für den Wind. Lass mich doch wenigstens vorbei, Leute. Läuft da eine Brandgranate rein, ne? Oh, da stehen zwei oben. Ah. Oh, da sind welche lang gewesen. Ja, komm zurück. Ja. Alter. Sechs Sechzien zwei aus nächster Nähe. Die waren alle da oben. Ihr wartet. Da steht immer noch ne Orb in der T-Base. Was? Ja, lass den ruhig stehen da. Ah, that's what she did. Eine Orb hab ich. Oh, Bomb ist tot. Nice. Soll ich nur Orb mitnehmen? Okay. Wer will die haben? Du hast dir die genommen, halt die gefälligst. Okay. Gut. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Na dann. Wenn ihr wollt. Das ist eine Drohung sein. Ja. Möglicherweise. Morddrohne. Der Batterie hier. NOO. Hahahaha. 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 Ach scheiße, da steht rechts auch noch einer. Woll ich vielleicht schon mal? Hahahaha. 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 Der will abhauen. Der ist in Richtung lang gegangen. Zeit zu sterben für mich. Der macht mal. Der ist zu. Immer noch kein Kill. Ja guck mal, siehs immer so. Ich bin immer noch nicht gestorben. Wir haben beide da eine Null. Das ist doch eigentlich Sinn der Sache hier. Ich bin jetzt Agent. Der Wurks leistet gute Frontarbeit. Mhm. Auf A. Ich weiß ja nicht was bei euch da abgeht. Hicks. Nehmen wir an, die gehen mal wieder B. Ne. Die gehen mal wieder B. Hahahaha. Der wartet da. Der wartet da. Der wartet da. Mann ey, warum spielen die wie so richtige Aids Kinder. Eine Arf ist glaub ich allein. Ich bin Agent. Oh Mann. Ich werde nie wieder in die Cutters reingehen. Ich werde einfach einander stehen. Das ist mir egal. Nein. Der wartet noch. Lang auch. Ah. Gut. Ich sag noch zwei mal, dass das nichts heißt A ist. Und dann rennst du selber rein. Das ist doch nicht geradeschlau. Höhöhöhö. Äh, was leg ich denn jetzt. Kann man eine M4 droppen bitte. Ja. Ja, ja. Ja, ja, danke. Hey, ich hab die genommen. Ich hab die getauft. Nein, ich hab mir eine selber getauft. Ich glaub ich irgendwas nehme, was der Sohn es vorher hatte. Oh Gott, oh Gott. Ich werde nicht mehr pushen. Nein, ich muss mich selbst daran hindern. Da oben. Kurz kann durch. Naja, da fehlt keiner mehr. Ah, da steht einer. Da steht auch einer kurz. Noch einer. Den hast du schon beim ersten Mal hochgefahren gesehen. Ja, ja. Aber dann wollte ich weg. Wieso hab ich den nicht getroffen? Ich war doch drauf. Geht immer noch kurz. Weil der Raga ist. Ja hin. Er ist A. Er hat die Bombe aber nicht. Ich weiß nicht, wo die Bombe ist. Boah, Double Dove, hinten. Ah, da musste der ja noch hinlaufen. Und dann wieder zurück. Natürlich dann B gehen. Aber... Kommt lang, oder? Will ich nicht zu früh facen, weil er ne Op hat. Bombe has been playing. Ich kann sonst mal hinter dich gucken. Ja, der kommt. Ah, der ist sonst halt. Leck mich am Sack, Alter. Boah, die letzte Sekunde. Der wird mich eh holen. Der wird mich eh holen. Da hat er gewechselt. Du musst sehr hacktisch sein. Ja, der holt mich. Sehr gut. Ich hab's versucht, Alter. Aber du musst mehr nach links und rechts hackt. Und hoch und runter. Merk ich mir fürs nächste Mal. Ich hab immer noch keinen Kill, Alter. Ich... Ich schieß mich gleich selber. Das bringt dann aber minus eins. Ja, das stimmt. Sind sie wieder alle? Ja, der ist ja. Ey, durch die Summe. Gewalte Kraft. Ich hab einen getroffen. Ah, ich hab nicht getroffen. Ist aber seltsam. Da waren so viele. Komm, man wurde wieder gepickt. Nice. Boah, da steht einer am T-Spawn. Noch einer davor. Riewak. Mir war derselbe. Riewak? War derselbe? Ja, das war der gleiche. Achso. Der andere jedenfalls. Hektisch. Hm. Zero damage. War nicht hektisch genug. Wahrscheinlich. ZIVIC! Ja, das kann viel ausmachen. Jetzt trifft man dann. Noch mal einer, der im Tempo ist, was zu schießen. Haben wir noch was? Wir haben hier ganz viele mit viel Gelb. Ich bin Lumuffel. Dankeschön. Oh Gott. Da sind zwei lang. Mit Bombe. Da fährt ich noch weiter schneller. Kiara ist genial. Da hab ich mit. Faustloak! Dalace ich schon. Klubbeln. Sie nehmen sich noch laut Auf filho. Wir sind sehr WarnHO zu verlieren. Da fyra. Wenn ich mit 경우에는 teste. weil ich mir im Gedanken gefehlt habe, sich selbst zu richten. Wacht, 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 wacht. Ja, und mit der Granate, der hatte ich leck'n. Ich, die Wolde sollte weg. Ich geh'n in meiner Hand. I don't kill Leute, it's so sad. Ich hab' auch lange nix mehr gerissen, ist ja auch schön. Wie angekündigt. Du hast aber 8 Kills. 7 Kills mehr, als ich hab. Ja, bestimmt. Ja, der wird blöd cool. Langkommt vielleicht. Da schießt doch wer. Ich schau' hier mehreren Braten nicht und die bewegen sich richtig. Ohohohohoho. So knapp. Ja, ich glaub' auch. Ach, der steht da in Doppelsort mit Bombe. A drauf. Wie geht das denn? Da stand da noch wer. Ja. Nice. Noch nicht shot, noch nicht shot. Hä? Von wo hat der mich denn jetzt geholt? Von wo hat der mich denn jetzt geholt? Hä? Ich hab' den nicht gesehen, der mich erschossen hat. Na, Onside und CT stand einer. Ja, der von CT kann mich ja schlecht abgeknallt haben. Okay. Den Onside hab' ich angeguckt. Der hat nicht geschossen. Den wollte ich ja schießen. Deswegen versteh ich's nicht. Hört sich sehr abenteuerlich an. Hört sich sehr abenteuerlich an. Oh ne. Boah, die flashen die sich hier ein zurecht. Mooks down. Hat das oben steht was? Hallo. Oh. 66. Bombe war noch T-spawn. Ist jetzt lang einer? Jaja. Mehrere. Lang durch. Dreht sich um. Da stehen sie. Ah. 66 in 5. Und 52 in 5. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Manchmal schon. Da ist er ja zu tief gezielt und dem nur auf die eigenen Ei weggeschossen. Let's go! Let's go! Pafafafafafafafafafafaf. Äh, Flash auf B. Oh, schon wieder zwei A lang. 1 auf A. Der Molly macht keinen Sinn. Fuuuck. Fuuuck. Hä? Hey, das war meiner. War noch einer. Ach, ah. Einer ist auf A noch drauf. Überleg grad. Hallo. Ah, da war ich drauf. Warum geht der nicht da um? Auf A ist der. Ja. Auf 40 hat er. Oh, natürlich. Ja. Irgendwie. Majo. Aber das ist wichtig. Das. Da stützt jetzt den Wuchs. Aber das macht schon Sam. Ich laufe einfach. Ich laufe. Aber ich schmeiß da. Meiß nix denn? Er läuft tatsächlich einfach. Ich hab's doch gesehen. Ey, wo steht sich denn meine Flasher? Hahahaha. Eieieiei. Oh, ich hab gar keine Rüstung gekauft. Ja, ich hab auch kein Geld für Rüstung. Zieh ich mich lieber zurück. Okay. Alter. Fall wieder lang. Mit Bomben. Ich hab 90 gedrückt. Du hast die Majo gegrillt, Alter. Das ist noch ne Scheiße. Der Lumuffel hat übrigens noch 4.000. Aber will keiner was. Nice. Ah, leck mich am Sack. Cutter, so oben steht einer. Fällt der Nachteil, dass ich so spät da angekommen bin. Bitte durch. Jetzt noch auf mich. Muss schein nicht. Pass auf. Gehst du Onspot, ne? Pass auf. 23 hab ich ihn gemacht. Obwohl er um seinen Kopf gezielt hat. Wie schön. Der Onspot, ja. Einer ist noch wie möglich. Muss doch Onspot sein, oder? Ja, da rechts. Ja, da rechts. Da rechts? Ist die Bombe, oder? Was? Die Bombe wurde gar nicht. Achso. Ne, tschüss. Ich dachte, wer geplant hat. Ich dachte, wer geplant hat. Ja, ich äh. Ja. Ja, ich ja. Lumi läuft. Nochmal. Noch einer am T-Spawn. Ja. Ja. Und dann kann ich sagen. Ja. Ja. Guck, die wollten kurz smoken. Ich hab da geflammelt. Oder war das deiner? Alter, wie? Wie sieht der mich? Ey, da sind aber auch welche. Ich steh mitten in der Smoke. Da stehen zwei. Wo laufen die jetzt lang? Ja, kurz, kurz stehen die. Wurz durch. Ich schieß nicht! Den schießt er nicht! Lieber mal Waffe wechseln. Noob. Das ist dein Mate. Hab ich verstanden, danke. Wo ist mein Mate? Jetzt da ist rechts am Car. Einer ist unten, ja. Versteh ihn bei mir. Ja, 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 ja. Ja, ich will nicht mehr. Er defused. Ohne Kit! Ohne Kit! Oh Gott, ich bin so furchtbar. Ja. Man merkt kaum, wer hier die Smurfs sind. Die Wahl. Wer ist Smurfed? Papa, schnupf. Oh, krass. Wohin? B? Oder wat? I'm always for B. Gut. B ist so. Haha. Haha. So, that we may be free. Throwing a flashback. Cheesy! Nice. So, aber jetzt noch eine andere. Wie es mir einfach egal ist, dass er nicht los ist. Oben, oben! Son! No Support! Lass oben, was ich gemeint habe. Haha! Flash raus! Hä? City base! Park, park, Ende. Irgendwann habe ich First Blood gemacht. Das ist auch was. First Blood. Das ist auch was wert, oder? Ja. Lass mal kurz rushen. Kurz rushen. Kurz rushen? Ich push B drauf. Ich geh Mitte raus. Ja, mach kurz rushen. Ja, mach kurz rushen. Wollt ja nur kurz rushen. Ja, rush auch kurz machen. Mach kurz rushen auf B. Ja, hier ist der. Bombe? Ich hab kurz gerusht. Einer ist auf A. Vorsicht. Ah, Drecksbombe. Was hat denn irgendeiner gesehen? Hehehe. Du musst hektisch bleiben. Ja. Er ist durch mich hindurch... Ne, ich bin durch ihn hindurch gelaufen. Der spielt doch bei FC Köln, oder? FC Köln... Ola ist hektisch. Ja. Weg mal hin. B. Kurz, kurz rush. Ampest. Nein. Das wird nix mehr. Fala, ich hab jetzt grad auch wieder hinweg geholt. Ey. Oh God. Ich hoffe, du brauchst. Ja. Ah, fuck. Geht's morgen gleich. Oh, ich find das hier, was? Yes. Heilt's, Alter. Geh weg, ich muss blenden. Ah, nervös, nervös. Ey, ich brauch Punkte. Kacke. Oh, Cutters. Husten. Ah... Da kommen die Pumpen. Ei, ei, ei... Das war knapp. Jetzt haben wir die Waffen. Ah, ich hab noch 15 Rüstungen. Ja, die haben ja auch. Gehen wir B, oder? Klar. Gut. Ja, das ist relativ egal, was hieß. So lang's klappt. Ich hab auf den an der Tür geschossen. Ja hab ich gesehen, ich auch. Der wollte raus. Ich hab auch auf den an der Tür geschossen. Jawohl. Habt den doch in den Kopf getroffen. Ja, aber guck doch mal, der hat doch so eine Krankenhaube auf. Oh, das schaffen die gerade. Jetzt rennt er weg. Oh, er ist auch sehr nervös. Sehr klar. Dann klappt das auch. Klappt es auch mit dem Nachbarn? Und du? Jetzt kommen wir A lang. A lang. Gut, dann gehen wir A lang. Lang ist A. Waren jetzt schon die drei auf B. Bestimmt nochmal. Ich war schon zu spät, Alter. Du warst noch spät als ich. Ja, ich hätte sonst Wurks angeschossen. Lang ist gesmoked. Und geflasht. Ich habe kurz eingenommen. Bester Molly ever. Ich distracte ihn. Ah. Wen, wen distractest du? Den auf lang. Den auf lang. Habe ich. Der ist doch schon A on spot hier, der gelbe. Ja, ich war auch schon da. Du bist der gelbe. Nein. Nein. Ich war der, der viel früher auf A war. Bitte scope deiner. Vorsicht. Spring runter und töte ihn direkt. Ja, ich war auch schon da. Die Bombe kann doch weiterlaufen und planten. Ja, mach ich so. Du musst den mit der Awe erschlagen. Ohm. 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 Gott, meine Eier. Gerade wenn ich mir denke, da könnte ja einer vor kurz kommen. Guck ich da hin, kommt ja um die Ecke, Alter. Ja, dann war doch gut. Ja. 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 Wir müssen gehen. Nur 50 Leute. Ja. 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 Ja, ja. 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 In die Mitte gelaufen und dann hoch. Ah shit, einer ist noch. Cutter ist unten. Gleichzeitig Short und Mitte. Egal aber. Nice. Good job guys. Nö. Den Tod. Komm langsam ran an Tempest. Es wird. Ja, ich hab grad nachgelassen. Ich hab zugenommen. Nimm dir keine Ahnung. Ich will zum Mager King. Morgen. Was ist das hier für ne Parade? Operate. Einer kurz. Fuck it. Warte ne fiese Popflash. So, Asus auf B hat 27 gefressen. Ich weiß nicht, warum die sich ne Arbe leisten können. Haben die die mitgenommen. Ah, das kann sein. Wenn's nicht zu tun. Geht doch drauf, ey. 75 hat der ja. Aufgezogen. Ah, links. Da kann die ja ahmen. Ja. Jaja, umwe. Wir haben die ne Menge Ops, also. Also, pushen wir. Dann müssen wir was anderes, besseres kaufen. Okay. Bisschen wir uns aber im Moment, wir müssen was anderes kosten. Ja eine Negev. Negev schießt auf jeden Fall schneller. Ich säbel die erstmal in der Mitte weg, mit dem Orbs. Ja lauf mal B, wir halten hier. Ich mach immer nur 20 Karten. Wie ist der denn durchgekommen? Kann ja nicht sein. Ja wir gleich mal gucken ob wir auch Schaden gemacht haben. Ist so entsetzlich langsam mit dieser Kackwaffe. Ich hab keinen getroffen an der Sitzplatteau. Jetzt wirds wieder schwierig. Bison. Ich hole AWP, weil ich kann das so gut. Okay. Ich kann ja, wir können ja lang gehen. Dann flashe ich. Dann sehen die ja gar nichts. Dann flashe ich einfach in der Mitte. Geboostet. Ey, ich bin nach Silber 2 geboostet. Okay wir können jetzt hier raus. Ja ich musste um Gottes Bombe holen. Die wurde einfach weggebrochen. Ah, ihr wahrscheinlich frei. Keine Ahnung, zieht euch vor. Ah, Half-Life auf B. Noch einer. Dabei spielen wir doch eigentlich kaum einen Strike. Er ist nicht blind. Ey, das gibt's nicht. Einer kommt kurz. Wie kann ich den denn nicht getroffen haben? Scheiss, Alter. Du darfst dich nicht bewegen. Ey, das sag ich auch immer. Dann darfst du nicht hektisch machen. Doch. Ich meine es sich richtig anfühlt. Oh, heute ist Tottenham gegen Barca, Alter. Halleluja. Tottenham. Immer gut gelangt, wir haben einen Tottenham. Oh, die Top-Spiele heute am Start, ey. Ich mach... Loll, der Steffen macht den Demotivator. Be safe. Let's go, my friend. Cover my ass. Cover my ass. Don't shoot me in my ass, please. Scheiss, meine Smoke. I'm throwing Batman. What the?! Ja, das hast du verdient, Junge. Ja, da war einer. Ja, ne. Ah, 66 Schaden. Ist doch nix. Schön den Rücken vollgepumpt. I'm throwing. Ja, I got him. Einer ist schon auf B mit Arme. Ja, ja. Die Bombe liegt vor dem kleinen Loch da. Ja, die hol' ich mir jetzt auch noch. I am planning to bomb. Wenn der... ...Grabia mir nicht den Arsch geschossen hätte. Hehehehe. In den Rücken. Das wär'n die zugelaufen. Ja, oder gut. Irgendwie bezweifle ich, dass der kommt. Da ist er! Da ist er! Oh, der ist er! Oh, der ist er! Ich kann das unten. Der kommt aber schnell zum Paddeln. Da. Da, der, die schöne Autosnifer. Kann mir ja noch einen kaufen. Für mir auch eine. ein kill zwei kills wir haben wir haben zwei armen drei armen und ich hab zwei küsst du hast also zwei durch doch keinen haben wollte ich noch überholen ja nevermind der furcht einer cutters Ich hab P90 Wetter da nicht so wahrscheinlich rum Hallo Fk Was ist denn das? Da ist ein Terrorist CT ist bei uns an der Maze Er hat doch gesagt, da rascht einer durch Die Katas Aber wo sind meine Mades? Das siehst du auf dem Minimap Da hab ich nicht drauf geguckt Ja, als ob Als ob Rechts, 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 rechts Oh Oh Tempest kommt so, okay, keiner da Und dann kommt der raus Easy Double stay Steakhouse Endlich mal gerechte Teams Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020